mit cool dann die ddm der damen damen warte drauf worauf denn hier dass wir die weg wir müssen da hoch ich hab wieder drehmetall gefunden ich sehe 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 wie du siehst du es geht nämlich doch dabei zu holen aber ich sehe doch muss halt ich glaube man darf dann halt nicht so weit voneinander weg sein dass man das noch sieht wenn er sagt hier kommen treten teil dass man das jeder sieht und dann kann er bei uns in der beta ohne ich bin du drehmetall gesammelt hat war einfach weg da kann ich mich aber auch entsinnen wo ich das damals gezockt habe dass das die anderen auch immer geholfen blühen so destiny ein mysterium schule und fangen wir mal hier in die häuslein ein erwartet noch warte na auf urin sind die lkw ist die lkw ist durch ne hier war doch nicht ich glaube jetzt weiter ich bin im level das ist du bist der lkw ist er der lkw ist ja immer vor mir so der lkw war noch immer vor mir sowohl die schweine ich schweine unsichtbarer Alter dieses blaue Licht ja, mal geht's, mal geht's nicht ist nichts weg weiter vorne ist ein Geist, das war's für die Leute du hier drin ist oder kein Job genau, da meine ich davon musst du 50 sammeln, dann kriegst du ne Trophäe Achtung, der Captain ist hier Trophäe Hä? Du bist in den Captain rein gerannt hab ich gar nicht gesehen Steht genau vor dir Ja jetzt seh ich ihn auch Alles klar Aber ich hab Schutzschild ausgeschaltet von ihm Noach Naja, ich bin ja da Alles gut Juii Ich rette euch Mädels, ich rette euch Hör mal meine anderen Klamotten aufsetzen mit der Verteidigung Achtung Alter, was machst du? Der ist von oben runter gesprungen gekommen Alter Übrigens, jetzt kommen hier die Unsichtbaren Wenn ihr Granate habt, Granate werfen Pass auf, wenn die zuhauen, dann ist mal ein schnell Ende Alter Alter Noch eine Viele Alter, Level 4 gestiegen Okay Das gefällt mir sehr gut Ich glaube nicht Level steigen ist immer toll Boah, Alter Da Dafür Ich denke den Nicht bedanken Oh Okay So Der hat immer noch Schutzschild Ja Hat er Warum Jetzt ist er laut Ja Geistig Ja Mach du mal Die gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen Aber irgendetwas fehlt sich So, das wird spaßig Jo Da hab ich mit meiner verfügten Pistole Denk dran, wenn nachher die ähm Augen kommen Ich bin tot B Ja Die Augen kommen ja hier ohne auch die verfickten Dinger Mhm Aua Ja, Manu Ist der einzige da Okay Ähm Zehn Sekunden Warte, wo bist du denn? Vorne Oh ne Also Ja Bleib da, bleib da Drei Sekunden Hm Wir müssen schon ein bisschen zusammenbleiben hier Funktioniert so nicht Ich dachte nicht, dass die so schnell kommen Ich dachte, ich kann nur einsammeln Aha Ist ja nicht schlimm So Also jetzt stört mich das nicht, dass du vorrennst Wenn du tot bist, bist du halt tot Wenn ich dich wiederbeleben kann, belebe ich dich natürlich Aber Da selber nicht rennen komme Aber Da selber nicht rennen komme Ich hab's überhaupt noch Achso, ich hab jetzt noch diese Diese hässliche Waffe Oh ja Wie war denn die da? Dele 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 Oh, nachladen Hallo, das fehlt mir noch những mühe voml doch nachladen Boah, Alter Wenn mir ne Bombe hochgegangen ist, gell Oh geil Das ist doch ne schöne Level 4 bock wo noch ein ist bei mir weiter ich bin der gut ich hab mir auf euren typen da hinten konzentriert hier auch immer drei augen um mich rum naja kacke das gibt die scheiße los okay ich bin mal immer zurück alter alter hier ist scheiße kein gesternig gesternig geschmacken muss gerade selber fisch ja dann haltet mal 30 sekunden holen kann ich holen da bin ich ziemlich sicher da tipp zu sekunden noch durchhalten neun acht sieben sechs drei zwei eins ich komme wieder in august tot wo alter aber keine spezialmunition mehr ich erinnere mich gerade dass meine spezialmunition rausgeschippt habe okay so mein super ist ready Komm mal her, Auge Komm schon Ja, Auge weg Alter, Auge weg, Alter Wow, was ist denn hier schon wieder? Das sind die Blitze von meinem Super Die machen aber keinen Schaden an euch Das ist halt zu weh gerade Vibriert nur Ja So, Ena muss hier noch leben, glaube ich Jo, hab ich gerade, glaube ich, weggeknallt Jo Ja Ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte Wir sollten dieses Ding zerstören Brr Brr Kaputt Kaputt Alles kaputt So Hier sind noch blaue Bälle Aber ich kann sie nicht einsammeln Blaue Bälle Das hat wirklich ein Ding für blaue Bälle Die hier Wo denn? Die sind genau vor mir Drei blaue Bälle Hier sind so blaue Dinger auf dem Fußboden Die kann ich auch nicht einsammeln Die könnt ihr erst einsammeln, glaube ich, wenn euer Super ready ist Ah, ja, stimmt, das ist ja für Super Dass wir super schnelle aufladen können Richtig, ja So, Impulsgewehrmunition, goldene Kanone, bla 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 Brengranaten Geil Was, jetzt erst? Kriegst du dich später als, als Dings, oder was? Als, äh, Warlord? Ne, was bist du? Ich bin Warlock Ja, ich bin aber eben erst Level 4 geworden Was hast du denn jetzt, Onkel? Was hast du jetzt gemacht? Was ist das, was du da spielst? Jäger Ich bin Warlock, oder? Nö, Jäger Jäger Und macht Spaß, oder? Jäger, macht mir immer Spaß Ich hab ich nur eigentlich nur mit dem Spiel Jäger Ja, ich warlock Ich geh mal Mal hinkommen hier Was man denn so schön ist hier Ich hab auch update Ich muss meine Granaten und das alles mal ein bisschen updaten Dann ganz so ein Rott mal zu legen, ja Oh, yeah Ich kann meine Rüstung Ich kann meine Rüstung aufrüsten Lustiger Satz So Das, das, das Und schon wieder, ja Fusionsgewehr, Scheiß und Dreck 31, 37, eigentlich könnte ich ja, ne Erhöht die Menge an Impulsmunition, die du tragen kannst Ja, das nennen wir mal mit Boah, Alter, jetzt muss ich aber auch mal auf die Hütte Ne, ne, ne Kanone ist da, yay Ähm, ja, ich muss hier mal ganz kurz den Cut reinhauen Ich kann nicht, ich muss mal auf die Toilette Okay, bis gleich, liebe Freunde Viel Glück So, wieder zurück Meine lieben Freunde Weiter geht's hier Äh, ja, nächstes Ziel wäre dann nochmal Erde Und die Himmelswacht Ich schaue aber trotzdem mal lieber nach, äh, Level 7 schwer kann man noch machen Jupp Viel Spaß Aber es war gar nicht so schwer Ich meine, für das, dass es schwer ist, ne Ich meine, okay, wir sind zwar öfters gestorben Aber, aber das ist sowieso schwieriger Dieses, diese Augen und das ganze Zeug Naja, aber die hitten dich ja Also, die machen da zwei Schläge und dann bist du weg Richtig Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der Hütteam zwar verschwunden ist Sie waren auf einer Mission für den Toten Also, wenn wir dann nachher in der Halle sind und das Schiff dann hochfährt Da sollten wir dann tatsächlich mal wirklich zusammenbleiben Ich habe was zu rauchen Nicht so, äh, weit auseinanderstehen Weil wir wirklich mal innerhalb drauf geht, was ja passieren kann Dann kann ich euch schneller wiederbeleben, weil ihr dann gleich in meiner Nähe seid Ein Brüllkäfer So, ein Drecksvieh Bist du noch draufgetreten, oder was? Boah, du bist doch echt Darfst du nicht machen, es stinken Das sind, glaube ich, diese Abwehrdinger, die die da einsetzen Die Stinkkäfer Ja, die Brüllkäfer Stinkkäfer Echt widerlich, die Dinger Achso, ich soll ja eh mal Krieg ja nicht weg Guck mal hier Guck mal So, zack Boom Yeah Ich habe keine Ahnung, was du uns jetzt zeigen willst Ich bin schon weg Deine Granate Ich habe die Nova-Bumbo gemacht Dau, hast du wenigstens die Granate schon mal weg für den nächsten Einsatz Ja Ich musste es ja jetzt nehmen Warum so? Weil das Schriftding da unten nicht weg gang ist Das Schriftding? Ja, hier, setz Nova-Bumbo ein mit, bla 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 Nova-Eventis Oh, jetzt haben wir auch noch Werbung gemacht Nein Das ist sowas aber auch Ich habe gerade was gesehen Gibt es nicht Nova-Eventis? Nö Muss ich dich kennen? Du musst gar nichts kennen Du musst dich selbst nicht kennen Aus Werheit Ich weiß nicht mal wer ich selber bin Ich kenne mich nicht Also verrate mir nicht, dass ich hier bin Ich darf das selber nicht wissen Nö Was sagst du? Das mache ich auch nicht Also Oder habe ich dir das schon verraten? Nö 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 Hast du mir noch nicht verraten? Nö, siehste Wo seid ihr da oben seid ihr? Wenn ich weiß, dass ich hier bin Dann zick ich wieder nur rum Du, guck mal Nö, das verraten wir dir nicht Jetzt wieder nur Terror Ah, ich weiß schon Du verträgst dich ja mit dir jetzt nicht so besonders gut Nö, mit mir selber momentan nicht so Weil ich selber immer so lange zocke, wisst du Dann meckere ich mich nochmal an und so, wisst du Und das ist dann nicht so toll Eben Lassen wir das lieber dann Aber darf ich dir verraten, dass ich hier bin? Oder ist das auch schlecht? Das ist okay Okay, gut Also ich bin hier Das ist schön, dass du da bist Ohne dich wird nicht schön So Gott So jetzt haben wir wieder unsere Portion sinnlos labern weg Nö, das kann man dir anfangen Ja Nö, aber wenn du jetzt hier wärst und ich würde dir verraten, dass du Oder würde dir jetzt erzählen, dass du weg bist, würdest du das glauben? Nö Nö, aber dann weißt du ja, dass du hier bist Nö, das weiß ich ja nicht, aber ich würd's nicht glauben Weil vielleicht hab ich dir gesagt, du sollst jetzt sagen Achso, das könnte natürlich sein Deswegen? Hm Ja, das ist so eine ganz verzwickte Situation, würde ich jetzt sagen Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen Dann weißt du also, dass du da bist, aber wenn ich dir sag, dass du da bist, dann Oh, fuck Oh Gott, oh Gott Naja, das ist nicht gut Oh Gott, ein scheißige Lava hier, das übel Guten Tag Kann ich dir auch mal sein Schuss Ach Das wär jetzt schön gewesen, wär er tot gewesen Aber nein Boah Boah, ich hab den Kopf abgestochen Oh, Odin, hallo Ja So ein Arsch hier Verpiss dich Ich schon wieder Ey, was ist denn hier? Ey, der Manuel hat alle Hände voll zu tun mit uns Oh, der Pisser hier um die Ecke So, ich hab gerade gemerkt, dass ich hier bin Und dass andere auch hier sind, apropos nochmal so Boah, ein Schisser Warte Ist doch schon wieder hier jemand Au, 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 Alter Ich muss mich erst mal ganz kurz aufpumpen Tudidid Oh, Ach du Sau Warum krieg ich denn immer hier Schüsse ab, Alter Hab ich denn wieder was schönes hier Ja, hab ich Moment, ich mach mal mit Und zwar hab ich was schönes für den Woah Die Waffe, die gefällt mir gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Warte, ich... Warum macht die sowas? Und dann sind die nämlich alle tot, verstehst du? Auch noch nicht. Mein Gott, verreckt doch. Die letzten paar Schüsse kannst du noch... Ich hab ihn. So. Ähm. Ich registriere hier, Rüdiger. Jetzt hab ich super. Ich hab super. Na, das ist doch super, dass du super hast. Ne? Du wirst schon sehen, dass du das nicht verbringt. Wenn du mein Video geguckt hast... So, die müssen wir jetzt hier töten, weil wir brauchen die Geister. Und wieso, was? Verstehe ich nicht. Wir müssen drei Geister finden. Ne, ich verstehe nicht, warum der mein Super nix bringt. Ja, weil das schlecht ist. Ich find's schlecht einfach nur. Also gerade im PvP bringt das überhaupt nichts. Mach du, du willst diese goldene Waffe oder was? Ja, ja, ja. Wir müssen noch ein, zwei Geister finden. Ja, die oben waren irgendwo welche. Hier sind sie. Ne, ja, die muss killen und die lassen ja dann den Geist fallen. Was hast du noch, Typen hiervon? Fuck. Und tot. Beim Zurückziehen. Was, äh, noch? Ja, wow. Beim taktischen Rückzug. Alter. Ich hab mal wieder ja noch stehen. Hm, nix, 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 nix. Gegen Geist, warte mal, hier ist noch eine Höhle. Mal, lass mal kurz in die Höhle. Da ist leer. Bei mir ist eine Stunde. Bei mir ist eine Küste. Echt? Echt? Nein. So viel Zeit muss es sein. Oh, hier. Ein Stück weiter bei Onkel, da müssten welche sein. Warte mal, ich muss doch erstmal nachladen. Ahoi sagt euer Arsch. Jo. Euer Arsch, Odin. Komm auf. Ach ja, sind ja wirklich, Mensch. Hier. Was denn hier? Was denn, was denn, was denn, was denn? Ich hab hier eine Höhle freigeschossen. Die sind so Laserschranken gewesen. Nein. Aber ist auch nix drin, außer Steine. Laserschranken. Haben wir noch einen Geist? Ich hab keine Ahnung. Ach, Quatsch, brauchen wir doch gar nicht mehr. Wollen wir doch schon. Also rennen wir hier, sind los durch die Kante oder was? Wir müssen jetzt da rinnen, ja. Da bist du richtig, Ongel. Ja, ich laufe hier auch rein. Ja, hier bist du schon richtig. Ich gucke. Aber Odin, muss noch. Ja, Odin. Warte noch auf Odin. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Die Steuerung der Satelliten. Wir sind auf jeden Fall richtig. Warte, hier ging's doch irgendwie hoch. Odin, kommst du? Guck ja grad, wo ihr seid. Da seid ihr. Nee, das ist ein anderer, das ist ein Liga. Ach sie, grüne Schrift, da ist grüne Schrift. Komm mal her, ich wollte dich. Oh, scheiße. Ich bin schon drin. Uah. Hier, komm. Klappen. Irrgarten hier. Ja, ist wie bei deiner Mutti zu Hause. Nee, da finde ich mich zurecht. Hm? Ach, was mach ich denn? Soll ich die Granate verworfen? Bin ich dämlich, ey. Ach ja. Fresse. 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 Manu, komm jetzt gerade ein bisschen durch. Nee, das war Odin. Kann ein bisschen durcheinander. Ja. So. Achtung. Jedes Mal. Ui, 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 ui. Komm, stirb schon, du Drecksau. Wieder gefallen. Bat. So. Was hat sich bei der Fallen? Wieder gefallen. Wer ist dann gefallen? Ach, Herr Aase. Der Herr Aase. die Udi-Nase. Bleib stehen, du. Endlich. So.